Mein Name ist Chifu Onishi. Ich studiere im vierten Jahr an der Tokyo University of the Arts. Mein Hauptfach ist U-Mah-Rai. Ich habe ein Vorliebe für Deutschkünstler. Deshalb möchte ich in Zukunft in Deutschland studieren, arbeiten und wenn möglich auch leben. Mein Großvater mochte Güte. Deshalb habe ich schon ein kleines Mädchen Faust gelesen. Letztes Jahr habe ich ein halbes Jahr lang Nietzsche Saratussola zu Ende gelesen. Als Kind übte ich Geige und hörte gerne Bach, gespürt von Glengus und Menü. Ich mag keine Kunst, die Oberflächsschönheit darstellt. Mir gefällt Kunst, die tiefe Gefühle ausdrückt. Als Kind habe ich oft die Bilder von Emil Norde nachgemalt. Auch die Porträts von Otto Dix mit ihren harten Gedichtsausdrücken haben mich beeinflusst. Als Kind habe ich viel griechische Mythologie gelesen. Also weiß ich ein bisschen über Mythologie und Religion. Das hier ist ein Ülgemälde, das ich über eine Zeit lang von vier Monaten gemalt habe. Als ich in der Mittelschule war, mit dem Titel, die Ankunft der drei Doktoren. Wie man sieht, ist es ein christliches Thema. Das ist ein Bild, das ich in meinem ersten Jahr auch der Highschool gemacht habe. Es heißt die Verkündigung an Maria und das Gesicht des Engels geführt dem jungen Pablo Picasso. Diese Bilder wurden zu einem Altarbild zusammengefügt und ausgestellt. Ich habe dieses Bild zu einer Zeit gemalt, als meine Highschool wegen einer Corona-Virus-Epidemie geschlossen war. Ich malte eine große Anzahl von Menschen in verschiedenen Positionen, um die Notaller auszudrücken. Mit einer Gruppe von Bildern aus dieser Zeit wurde ich für den Taro Okamoto Award für Contemporary Art nominiert. Dort gewann ich den Grand Prix. Danach studiere ich an der Tokyo University of the Arts, wo ich verschiedene Ausdrucksformen ausprobiere. Hier habe ich Schweine aus Don geformt und die allein in einem geschlossenen Raum zum Ausdruck gebracht. Ich habe auch versucht, größere Welke zu schaffen und das war ein 16 Meter langes U-Gemälde, das nicht im Klassenzimmer ausgestellt werden konnte. Also habe ich es auf dem Schulhof ausgestellt. Dieses Bild war 32 Meter lang und konnte nicht an meiner kleinen Universität ausgestellt werden. Also habe ich es in der Universität of Tokyo ausgestellt. Ich denke, dass meine Formen und Farben im Laufe der vielen Bilder, die ich gemalt habe, fantastisch und dynamisch geworden sind. Dieses Bild zeigt rennende Frauen, gemalt mit schnell bewegten Pinselstrichen. Dies ist ein neueres Werk, 10 Meter hoch. Es stellt eine Götin dar, die von Himmel herabsteigt, um die Menschen auf der Erde zu retten. Aber es funktioniert nicht und sie leidet. Das mythologische Motiv ist in kräftigen Farben dargestellt und ich finde, es ist ein gelungenes Werk. Viele Professoren, die meine Arbeiten sehen, sagen mir, ich solle in Deutschland studieren. Ich fühle mich Daniel Richter, einem zeitgenössigen Maler, sehr verbunden. So einen Maler gibt es in Japan nicht. Ich würde gerne nach Deutschland kommen, wo Küssler wie er atmen. Bitte machen Sie das möglich. Bitte hören Sie meinen starken Wunsch. Vielen Dank für was zu hören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.